Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich unter Schock, weil es einfach sehr auffällig war und sehr schön aussah, so ausgeglichen wie Barcelona damals, noch früher ganz in Orange und es ist einfach eine schöne Farbe. Es ist die Größe, etwas Besonderes, mal etwas anderes und ich denke mal, dass man sowas auch in der dritten Runde beim DFB-Pokal mal ausprobieren kann. Ich meine, wir haben Hamburg geschlagen, jetzt gegen Wiesburg haben wir auch sehr gut gespielt und jetzt kommt der nächste Gegner und das ist der SC Freiburg. Das ist natürlich eine komische Mannschaft, die mal offensiv, mal defensiv spielt und immer gezeigt, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr stärker sind wie in der ersten Halbzeit. Die linke Seite ist einfach unsere starke Seite mit mehr Zuschauern und ich denke auch, dass es die positive Seite ist für uns. Man kann jeden Mal schlagen und ich denke, dass wir immer bis zum Schluss gekämpft haben und das werden wir auch gegen Freiburg zeigen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.